In diesem Video gehen wir ein wenig genauer auf die Geschehnisse seit dem letzten Video ein und schauen uns die kurz- bis mittelfristige Lage des Bitcoins an bzw. wo denn die nächsten größeren Kaufs- bzw. Verkaufszonen auf uns warten. Auf der fundamentalen Seite werden wir uns kurz mit Bug beschäftigen und die möglichen Einflüsse auf den Markt analysieren. Und zu guter Letzt werden wir uns mit einem sehr, sehr effektiven Konzept in der Marktanalyse befassen, das sowohl für langfristige Investoren als auch für kurzfristige Trader sehr hilfreich ist. Ich rede von Supply- und Demand-Levels. Ich werde euch in diesem Video genau zeigen, wie ich diese Levels einzeichne, wie ich diese Levels verwende und was ihr aus diesen Levels lernet. Und bevor ich mit dem Video starte, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Sollte euch mein Content gefallen oder solltet ihr etwas Hilfreiches aus meinem Content ziehen, schreibt mir gerne Kommentare, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Einfach aus dem Grund, um ein wenig den Algorithmus zu pushen und für ein wenig mehr Reichweite zu sorgen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und seit dem letzten Video hat sich ja wieder einiges getan. Ich habe im letzten Video diese Zone hier angesprochen, die jetzt auch effektiv gehalten hat. Die Bayern haben diesen Bereich stark verteidigt und wir haben das Szenario B Richtung 11.200 nicht mehr erlebt. Also mein Hauptszenario war ja bereits Short von hier, da ich einfach immer noch auf einen größeren Abverkauf spekuliert habe und zur Zeit mehr überzeugt denn je bin, dass wir noch einen stärkeren Abverkauf sehen im letzten Quartal. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr eher im Bereich Range bzw. leicht Bearish verbringen werden. Ich gehe nicht mehr von neuen Jahreshochs aus. Dem sei aber auch gesagt, dass ich meine Meinung schnell ändern werde, sollten wir eventuell dieses High oder dieses High wieder aus dem Markt nehmen. Kurzfristig sieht die Struktur einfach bearish aus. Wenn wir uns hier im 4-Stunden-Chart einfach generell ein wenig die Formation ansehen seit Juni, dann können wir einfach sagen, dass wir hier das erste Top geformt haben. Wir haben hier den zweiten Run hoch, schaffen dann nicht mehr das alte High anzusteuern. Das heißt, wir haben hier effektiv das erste Lower High während dieser Uptrend-Rallye am 4-Stunden-Chart und hier wäre das letzte Low gewesen. Wir brechen dieses Low, basierend auf Marktstruktur, switchen wir dann den Trend kurzfristig gesehen auf eher bearish bzw. eher neutral und das Ganze hat sich dann auch weiterhin bestätigt. Wir halten uns weiter in dieser Range auf, wie wir auch hier sind. Wir halten uns hier in der Range aus. Wir schaffen kein neues High zu machen. Wir schaffen dann auch hier, kein neues Low zu machen. Das heißt, wir sind ziemlich neutral und dann kommt eben das nächste Leg, der nächste Run nach oben, was nichts anderes ist als ein Retracement. Dieses Legs nach unten, das heißt, wir haben, wenn wir uns hier die Fit-Levels anziehen, einfach ein klassisches Retracement in dem Bereich 70,5% hoch, wie man es so oft sieht. Ich vergleiche auch hier von oben nach unten. Auf der anderen Seite wieder im Bereich 70,5%, 79%, was bei Bitcoin jetzt auch ziemlich oft der Fall war. Man zeigt ja immer Golden Pocket 62%, 61,8%. Laut meinen Beobachtungen, und ich habe jetzt keine genauen Daten dazu, ich habe jetzt keine genauen Daten dazu erfasst, aber rein subjektiv ist Bitcoin momentan dazu eher geneigt, sowohl in beide Richtungen, also nach oben und nach unten, Richtung 70,5% bis 79% Retracement zu steuern. Aber das solltet ihr euch am besten selber genau anschauen und selber genau analysieren. Und dann könnt ihr daraus vielleicht auch Metriken ziehen. Was ich hier auch wieder erwähnen wollte, ist der gleitende Durchschnitt des WeWeb. Ich habe das Ganze auch auf Twitter gepostet. Das war das ähnliche Szenario, das wir hier hatten, worauf ich auch hier spekuliert habe. Wir haben hier eine ähnliche Marktstruktur, kommen hier hoch nach einem starken Abverkauf, das heißt, wir haben ein Retracement von diesem Abverkauf, genauso wie hier. Wir haben hier ein Retracement von diesem Abverkauf, kommen genau in diese Resistance-Zone und auch unter dem Monats-Web und sehen zweimal von hier einen starken Abverkauf. Und wir switchen jetzt hier mal direkt auf den Daily-Chart, um das größere Bild ein wenig einzuordnen. Wir haben hier, wie gesagt, das nächste Lower-High geformt sozusagen in dieser Struktur, wenn wir uns auch hier wieder das Fib anziehen. Von diesem Run nach unten sehen wir wieder, der Abverkauf kam genau von diesem 70,5%igen Level. Und die Frage ist jetzt, wo zieht der Markt hin? Man muss effektiv sagen, dass wir diese Struktur beibehalten, wie ich schon im Lower-Time-Frame angesprochen habe. Wir haben hier ein High, Lower-High, Lower-High. Und wir schaffen jetzt hier erstmal nicht, wieder über dieses High zu gehen. Das heißt, solange dieses High haltet, bleibt irgendwie kein Grund oder ist irgendwie kein Grund vorhanden, Bullish zu sein. Wovon ich jetzt stark ausgehe und wo ich stark interessiert wäre, wieder Bitcoins zu kaufen, wäre dieser Bereich hier unten. Einfach aus dem Grund, wie ich schon oft erklärt habe, wir haben hier diese Lows, die sehr, sehr sauber im Markt gelassen wurden, was man im Regelfall nicht sieht. Wir haben hier eine extrem starke Support- und Resistance-Zone und wir haben hier die 200-Tage-Linie am Tages-Chart. Das heißt, diese Linie, die wir jetzt seit dem 2. April nicht mehr getestet haben, oder besser gesagt, diese EMA, liegt hier zusammen mit dieser Support-Zone. Das ist für mich ein sehr, sehr starker Konfluenz-Faktor und für mich auch ein sehr, sehr starkes Argument, dass wir diese Zone nochmal antesten könnten. Das Ganze können wir uns jetzt auch hier vom V-Web ansehen. Wir haben mittlerweile das größte Volumen im Bereich dieser Range getradert. Die Frage ist jetzt nur, wann das Ganze aufgelöst wird. Man sieht das ziemlich oft, dass eine Range ziemlich lang gehalten wird und dann in die eine oder andere Richtung ausbricht und dann kann man irgendwie klar sagen, okay, es war Akkumulation oder es war Distribution. In diesem Fall sieht es eher danach aus, dass wir eben diesen Punkt hier nochmal retesten. Wir sehen auch hier die Lücke im Volumenprofil und dementsprechend gehe ich eher auf ein Szenario von Richtung 8.200 momentan aus. Für die Kurzfristigen unter euch, für mich ist momentan die beste Strategie gar nichts zu machen, da wir hier ziemlich im Niemandsland sind. Wenn wir uns hier den 12-Stunden-Chart ansehen, wir sind hier immer noch effektiv auf diesem Support. Das heißt, hier ist kein guter Zeitpunkt, um zu shorten. Ihr könnt natürlich hier shorten, aber ihr müsst euch klar sein, dass ihr hier gegen einen starken Support verkauft. Vielmehr wäre interessiert, nach einem Bounce wieder short zu gehen. Die nächste logische Zone wäre im Bereich 10.400. Der Markt ist momentan aber ziemlich schwach, also weiß ich noch nicht, ob ich dieses Szenario überhaupt bekommen werde. Generell haben wir hier wieder sehr viel Confluence. Wir haben hier diese Zone, die hier als Resistance gedient hat. Wir haben hier Resistance, wir haben hier Resistance. Wir haben hier jetzt einen Haufen weißer EMAs. Das heißt, wir haben hier die 200er, die 20er und die 50er am 6-Stunden-Chart. Wenn wir uns den WeWeb umstellen auf den Wochen-WeWeb, haben wir auch den wöchentlichen WeWeb in diesem Bereich. Das heißt, sollten wir in diesem Bereich hochgehen, werde ich planen, diesen Bounce zu shorten. Ich werde hier in diesem Bereich den Short aufmachen mit einem Target von knapp 8.900. Das wäre der nächste große Trade, den ich beobachte, der nächste große Trade, den ich sehe. Der Stop kann dann hier ziemlich eng sein, weil ich eigentlich nicht sehen will, dass wir über diese Zone nochmal drüber brechen. Sollten wir drüber brechen, könnte es gut und gerne sein, dass der Markt höher will. Wenn man das Ganze eher als Swing Trade sieht, dann kann man den Stop natürlich auch so legen, das heißt, über diesem High und dann mit Target dieser Lows wäre das Ganze auch ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 2,7, was natürlich jetzt nicht den Dimensionen entsprechen würde, wenn man einen engeren Stop anlegt. Das heißt, hier ein Szenario mit einem 7er Risk-to-Reward-Verhältnis. Das ist momentan mein kurzfristiger Plan. Für alle, die es interessiert, wie gesagt, hier ziemlich schwierig, sich zu positionieren. Es kann durchaus sein, dass wir bereits von hier abverkaufen, da wir jetzt hier schon diese Zone relativ lange formen. Aber es ist für mich kein gutes Risk-to-Reward-Verhältnis, weil wo soll der Stop hingehen, wenn ich jetzt hier short in den Markt gehe, ist hier effektiv freie Luft. Das heißt, der Stop müsste irgendwo hier hochgehen und da müsste man sich halt schon fragen, ist es dieses Reward-Verhältnis wert? Für mich persönlich nicht. Ich warte, bis ich ein größeres Signal habe, bis ich mehr Klarheit sehe und ich mir auch definitiv sicherer bin in dem Setup. Das ist auch sowas, was ich jetzt für diesen Monat mehr fixiere. Ich sage ganz klar, wenn ich die ganze Woche keinen Trade eingehe, dann gehe ich die ganze Woche keinen Trade ein. Ich muss nicht mehr auf dem 15-Minuten-Chart oder auf dem 5-Minuten-Chart auf Setup spekulieren. Ich setze mir als Ziel, die größeren Schwünger zu erwischen, die größeren Schwünger zu trailen. Es ist einfach viel stressfreier, wenn man eine Position hat, bei der man den Stop trailen kann, beispielsweise dieser Run hier. Wenn man hier short ist und einfach den Stop nach unten trailt, spart man sich extrem viel Arbeitszeit, extrem viel Zeit vor den Charts und hat einfach ein wenig mehr eine Swing-Trading-Approach. Das ist für mich auch so ein Thema. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass die meisten Trader auf Dauer auf dem 5-Minuten-Chart oder auf dem 3-Minuten-Chart einfach kein Geld verdienen, weil die Signale gerade auch beim Bitcoin teilweise so verwirrend sind oder so. Irregulär kann man schon sagen, wenn man sich das Ganze zum Beispiel hier ansieht, wir hätten hier einen Support geformt, wir verkaufen dann hier ab, kommen hier nochmal hoch, haben dann hier Resistance. Das heißt, das wäre eigentlich ein klares Zeichen für mich, dass dieser Support gehalten wird. Der Support wird dann hier nicht beachtet, er wird hier nicht beachtet. Wir haben hier einen extrem langen Wig. Das heißt, wenn ihr hier am 5-Minuten-Chart unterwegs seid, werdet ihr hier wahrscheinlich schon ausgestoppt. Wir gehen hier wieder hoch, verkaufen hier wieder ab, nur um jetzt wieder durchzubrechen. Wo es jeder für sich selber entscheidet, ich bleibe momentan auf den Timeframes über dem 1-Stunden-Chart. Und jetzt, wie im Intro angekündigt, die versprochene Einführung zu Supply & Demand Levels. Ich werde das Ganze jetzt so basis-technisch oder so simpel wie möglich halten und das Ganze dann von Video zu Video steigern. Das heißt, neue Strategien zeigen, neue Wege zeigen, wie man das Ganze inkorporieren kann, wie man das Ganze auf Swing Trading Basis etablieren kann oder auf kurzfristiger Basis. In diesem Video beschränken wir uns jetzt mal rein auf die Basics. Wir haben zwei Arten von Levels. Wir haben das Supply Level und das Demand Level. Das Supply Level ist im Prinzip einfach ein Level, von dem der Markt sehr, sehr stark abverkauft wurde beziehungsweise einfach abverkauft wurde, sagen wir mal so. Nur, dass man dann auch sagen muss, je weniger stark der Abverkauf oder der Kauf von dem Level war, desto schwächer ist das Level auch. Beim Demand Level genau das Gleiche, nur umgekehrt ein Level, von dem sehr, sehr viele Käufer in den Markt gekommen sind. Wenn der Markt wieder hier nach unten geht oder hier zurück geht, dann erwarten wir Käufer von diesem Level. Wie sieht das ungefähr aus? Ich habe euch hier eine Skizze gemacht. Das wäre so ein klassisches Supply Level. Wir haben hier den ersten Abverkauf, bevor man dann hier ein High. Im Prinzip wäre das hier auch schon ein kleineres Supply Level, aber hier kommt dann schon ein wenig eine erweiterte Strategie ins Spiel. Im Regelfall, auf was ich spekuliere oder auf was ich immer schaue, ist, dass wir dieses High nochmal aus dem Markt nehmen und dann erst auf dieses Supply Level rennen. Das heißt, wir haben hier Leute im Markt getrappt. Wir haben hier signalisiert, okay, wir haben ein neues High, Higher High. Wir gehen jetzt long in den Markt. Wir haben hier Breakout Käufer. Der Markt zieht hier hoch. Sobald diese Breakout Käufer im Markt sind, kommt der Instant Reverser sozusagen und wir verkaufen dann ab. Das Gleiche haben wir hier im Demand Bereich. Hier nicht ganz schön gezeichnet, aber wir haben hier einen Abverkauf. Wir haben hier das Low geformt. Wir brechen hier dieses Low. Ich habe hier keinen Strich gemacht, aber ihr könnt es euch gut vorstellen. Das heißt, wir haben hier Short-Seller, die in den Markt kommen. Wir haben hier Short-Seller, die auf den Breakout spekulieren. Wir kommen in dieses Demand Level und wir gehen wieder nach oben. Das Ganze sehen wir uns jetzt am Chart an und ich habe viele Beispiele für euch vorbereitet und werde das Ganze mit dem Replay-Mode mit euch durchgehen. Und wir sind jetzt hier am Bitcoin, 60-Minuten-Chart und ich gehe mit euch jetzt ein paar Beispiele durch. Ihr solltet nach dem Video am besten selber auch ein Chart eröffnen und selber auf allen möglichen Asset-Klassen dieses Preisverhalten beobachten, dieses Preisverhalten untersuchen und für euch selber das Beste daraus rausziehen. Wir haben hier diesen Blow-Off-Top geformt im Bereich 13.000, 13.500. Das heißt, wir haben hier unser erstes Supply Level. Ich zeichne das Ganze jetzt so ein, da wir den Abverkauf von hier gehabt haben und hier zurückkommen und hier das erste Mal Resistance sehen. Das heißt, wir wissen, in diesem Bereich ist Angebot. Wenn wir in diesem Bereich hinziehen, erwarte ich einen Abverkauf, erwarten wir einen starken Abverkauf und wie sich das Ganze dann entwickelt im Sinne oder mit Zusammenarbeit der jeweiligen Marktstruktur sehen wir uns jetzt an. Der Markt zieht jetzt nämlich hier hoch, zieht hier wieder runter und hier entwickeln wir auch wieder kleinere Supply Levels. Das heißt, wir haben hier ein großes, übergeordnetes Supply Level, aber auch hier ist ein Supply Level. Das seht ihr hier ganz eindeutig. Die Definition, die ich euch gezeigt habe, ein Level, von dem der Markt abverkauft, ein Level, von dem Angebot in den Markt drückt. Dieses Level ist jetzt nicht so klar. Das ist jetzt je nach System, ob ihr so ein Level nutzen wollt, um zu trainen. Wir haben hier auch ein 70,5%iger Tracement Ratio. Das muss dann jeder für sein System selber entscheiden. Ich trade eher lieber die klaren Level, aber auch hier, klassisches Supply Level. Wir gehen hier von hier weiter runter. Der Markt probiert es nochmal, 1, 2, 3, 4 Mal, bevor wir dann von hier stark abverkaufen. Und wie ich auch vorhin erwähnt habe, beziehungsweise wie ich vorhin gezeichnet habe, wir haben jetzt diese Highs, die der Markt sehr, sehr clean im Markt lässt. Das heißt, Leute, die hier short im Markt sind, haben hier ihre Stops. Leute, die hier short im Markt sind, haben hier ihre Stops. Das heißt, wir haben hier drüber Liquidität über diesen Highs. Und das ist auch der Magnet des Marktes. Der Markt zieht auf diese Highs und zieht auf Cleaner Lows. Also das ist auch was, was ihr öfter beobachten solltet. Hier das nächste High aus dem Markt gelassen. Und hier werden die ersten Highs aus dem Markt genommen. Das heißt, die Liquidität wurde wie magisch aus dem Markt genommen. Wir haben hier diese starke Reaktion, diesen starken Run nach oben, der einfach dazu dient, um Liquidität in den Markt zu holen und um diese Highs aus dem Markt zu nehmen. Jetzt kommt der letzte Push auf dieses Level hoch. Genau wieder dieses Level, das zu diesem Abverkauf geführt hat. Mittlerweile sind alle Shorts ausgestoppt. Das heißt, genau die Situation, die ich euch vorhin aufgezeichnet habe. Und was kommt jetzt? Genau. Der starke Abverkauf. Abverkauf. Von daher könnte man das auch weiterlaufen lassen. Wir trainen dann hier bis in den Bereich 10.000 runter. Und das wäre das erste Level gewesen, das ich euch hier präsentiert habe. Und wir switchen jetzt zu einem Altcoin, zu einem sehr, sehr gehypten und auch sehr oft gehassten Altcoin, nämlich IOTA. Wir sind jetzt hier am 3-Tages-Chart, gerade um das Ganze auch mal langfristig zu analysieren, wie denn diese Levels langfristig auch den Markt diktieren und auch den Markt kappen. Wir sehen hier, wir waren hier im Bereich 50 Cent, letztes Jahr im November, sehen dann von hier einen starken Abverkauf. In dem Fall waren es jetzt knapp 58%. Das heißt, wir haben hier ein Level geformt, wovon der Markt 58% abverkauft hat. Das heißt, ihr wisst, es ist ein sehr, 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 sehr starkes Supply-Level in diesem Bereich. Das Ganze ziehen wir uns bis jetzt hier nach rechts. Auf der Unterseite haben wir aber auch ein Angebotslevel. Wir sehen hier, dass der Markt von hier sehr, sehr stark nach oben steuert. Das Ganze uns jetzt hier anziehen. Wir haben hier jetzt mal schon einen 92%igen Raum nach oben. Das heißt, hier waren sehr, sehr viele Käufe im Markt und hier werden auch wieder Käufer sein, wenn wir hier nach unten zurückkommen. Und wir drücken jetzt wieder mal Play und wir sehen, wie diese zwei Zonen den Markt diktieren. Wir kommen hier zurück. Der Touch auf diesem Level konsolidieren dann hier weiter. Aber genau von hier kommt dann wieder der Run. Wir kommen hier nochmal zurück. Und jetzt dann der große Run von IOTA. Ihr habt es jetzt gesehen. Wir haben hier den ersten Touch dieses Demand-Levels. Wir haben hier den zweiten Touch. Das Level wird schon schwacher. Je öfter ein Level angetestet wird, desto schwächer wird es. Aber das Entscheidende ist dann wieder hier. Wir rennen hier hoch. Hier ist sehr, 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 sehr starker Supply. Wir haben hier einen 60%igen Abverkauf gesehen. Und wir kommen in dieses Level zurück. Was erwarten wir? Wir erwarten einen Abverkauf. Und hier noch ein ähnliches Preisverhalten, auf das ich sehr, sehr oft hinweise oder auf das ich sehr, sehr oft auch andeute. Wir haben hier das Supply-Level, was hier drüber liegt. Und wir haben hier eine Range. Genau wie beim Bitcoin, eigentlich ziemlich genau vorher, als wir das Blowtop gesehen haben. Das heißt, der Markt zieht hier hoch, rennt über die Highs, rennt auf dieses Supply-Level. Also jeder ist jetzt hier bullish. Jeder hat FOMO mit dieser Kerze. Und der Markt wird sofort wieder unter diese Range gedrückt. Und von hier verkaufen wir dann stark ab. Wir haben noch einmal diesen Stich drüber. Bleiben aber effektiv beim 3-Tages-Schluss drunter. Wir verkaufen dann wieder ab. Das nächste Ziel ist der alte Demand-Bereich. Habe jetzt hier ein Beispiel für euch aus einem extrem bullischen Markt, aus einer extrem bullischen Marktstruktur. Wir sind hier am Euro-Fund-Chart. Und wir haben jetzt hier auch wieder ein Supply-Level, das wir etabliert haben. Aber mit einer wenig anderen Prämisse hinter diesem Beispiel. Müsst euch im Klaren sein, dass der Markt sehr, sehr bullish ist auf den höheren Timeframes. Und wenn man seine höhere Timeframe-Briots zusammen geformt hat, sollte man in diesem Markt eher auf Longs schauen als auf Shorts. Sorry. Aber selbst hier seht ihr, selbst hier, wenn ihr Intraday-Trader seid, habt ihr auch hier wieder euer Setup von diesem Supply-Level. Wenn ihr den Stop über diese Highs setzt, werdet ihr hier jetzt schon 2,5 R im Plus. Der Markt dreht aber von hier. Wie gesagt, die Grundstruktur ist bullish. Und jetzt haben wir das Beispiel, was ich hier mal euch zeigen wollte. Wir haben hier ein Supply-Level geformt. Und das Ganze funktioniert natürlich dann auch wie ein Support-Resistance-Flip. Das heißt, wir haben hier das Level. Wir haben hier den ersten Test. Wir brechen durch dieses Level durch. Jeder wartet jetzt auf den Test dieser Highs hier. Wir kommen mit dem Tick nach unten, beziehungsweise nicht ganz, weil konservativ werden die Buyer das hier. Aber der Markt zieht von diesem ehemaligen Supply-Level wieder nach oben. Und was passiert dann? Retest. Und auf to the races we go. Ist auch ein klassisches Beispiel von einem Supply-Level, das retestet wird und von dem dann der Markt weiter nach oben zieht. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Supply-Level. Supply-Level kappt den Markt hier. Einmal, zweimal. Je öfter dieses Level angetestet wird, desto weniger wollt ihr dieses Level trainen. Wir haben hier den ersten Touch, dann hier den zweiten Touch. Und wenn ihr hier den zweiten Touch seht, dann wollt ihr den dritten Touch nicht trainen. Weil der dritte Touch geht dann oft schon durch. Aber wir haben den Retest. Wir haben den zweiten Retest. Und wir gehen dann von hier wieder drunter. Das heißt, dieses Level, was hier geformt hat, hat für diesen Test gesorgt, diesen Test. Wir gehen hier drunter. Wir haben einmal den Support-Test. Das heißt, wir gehen hier wieder hoch, haben hier eigentlich wieder ein gutes Setup in die neue Supply-Zone, haben hier den nächsten Touch und hier wird das Level immer schwächer. Ja, das sieht man hier ganz gut. Wir haben hier einen Touch, hier einen Touch, hier einen Touch. Jetzt haben wir drei Touches dieses Levels und wir haben immer noch keinen starken Bounce gesehen. Wir erwarten also einen Sell-Off von diesem Level. Und der Sell-Off kommt dann auch hier am Euro Pfund. Wir haben hier das nächste Supply-Level, das nicht ganz erreicht wird. Aber hier wird es erreicht. Und von hier wieder der nächste Abverkauf. Und hier haben wir eigentlich ganz, ganz typisch die Struktur, die ich euch gezeigt habe im Eingangsvideo. Wir haben hier das High. Jeder ist short von hier. Seht ihr das hier? Wir werden den Replay-Mode nochmal hier hinmachen. Hier das High. Dann der Push drüber. Boom. Abverkauf. Und hier wäre dann natürlich auch ein Demand-Level. Ja. Und da muss man dann auch wieder wissen, wie ist die Marktstruktur? Wenn man natürlich einfach intraday auf dem Markt, in dem Markt ist, dann hat man auch hier ein Setup. Weil selbst wenn man dieses Demand-Level kauft, hat man hier diesen Push von knapp 40, 50 Pip, 60 Pip. Und der Markt zieht auch wieder hier hoch von diesem Demand-Level. Bevor wir dann wieder abverkaufen. Von welchem Level? Von hier. Supply. Abverkauf. Und ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Das Video ist schon über 20 Minuten lang. Ich will das Ganze jetzt hier nicht mehr zu seine Länge strecken. Am besten geht ihr auf eure eigenen Charts oder geht ihr zu euren eigenen Charts, wendet die Konzepte selber an, versucht schon mal selber irgendwie Fuß zu fassen, das Ganze zu interpretieren. Jetzt die Grundprämisse dahinter ist wirklich extrem simpel, aber auch extrem hilfreich und sehr, sehr effektiv. Aber ich würde sagen, in weiteren Videos fokussieren wir uns mehr auf Strategien. Aber bis jetzt habt ihr mal die Grundwerkzeuge und solltet am besten mal zwei, drei Tage selber probieren und selber herausfinden, wie ihr das Ganze hilfreich einsetzen wollt. So, das letzte Wort jetzt noch zu Bakt, weil ich heute gefragt wurde, was ich von den Bakt Futures halte. Meine Meinung dazu ganz simpel, ich bewerte das Ganze nicht über. Wir haben im Jahr 2017 den Hype gesehen mit der CME. Das heißt, jeder war extrem gehypt, weil es auf einmal institutionelle Future-Kontrakte gab und das Ganze den Bitcoin ja noch höher katapultieren würde. Das Ganze ist natürlich nicht passiert. Die CME hat gleichzeitig den Bitcoin top gemacht sozusagen. Wir haben dann von da den großen Abverkauf gesehen. Der große Unterschied jetzt zu Bakt, wir haben physisch gesettelte Kontrakte. Das heißt, es gibt kein Cash-Settlement. Bei Future-Kontrakten ist es ja so, dass es wie gesagt entweder die physische Übergabe der Ware gibt, wie in diesem Fall Bitcoins, oder eben das Cash-Settlement. Das Cash-Settlement ist ein reines Derivat und es ist eben kein Spotkauf involviert. Das heißt, wenn hier jetzt aber eine große Institution die Futures kaufen will und diesen Future-Kontrakt auch bis zum Expirate-Date haltet, wie auch zum Beispiel hier diesen innovativen One-Day-Kontrakt, dann bekommen die automatisch diese Bitcoin im Spot-Format und kein Bitcoin-Derivat. Das heißt, Bakt muss diese Bitcoins auch effektiv kaufen und effektiv vom Spot-Markt halten. Das Gleiche haben wir auch im herkommischen Finanzbereich mit Futures. Wenn ihr theoretisch als Trader einen Öl-Future kauft und dieser Future ist nicht auf Cash-Settlement-Basis, dann würde theoretisch ihr würdet diesen Future bis zum Auslaufdatum halten und ihr würdet diesen Future Long kaufen, dann müsstet ihr diese Menge an Barrel, also je nachdem, wie viel Lot so ein Future-Kontrakt hat, ich weiß es nicht, da ich keine Öl-Futures-Trader, müsstet ihr diese Lieferung annehmen. Das heißt, euer Counterpart, derjenige, der euch den Future verkauft hat, würde auf eure Adresse zu eurer Haustür diese Menge an Barrel liefern. Das Gleiche bei Gold, das Gleiche bei Getreide und das ist ja auch der Hauptgrund von Futures, der Hauptgrund, beziehungsweise es gibt zwei Hauptgründe, der eine Hauptgrund ist, dass Produzenten ihr Risiko über den Finanzmarkt und über den Future-Markt hedgen können. Das heißt, wenn jemand stark auf Ölpreise angewiesen ist, kann er gleichzeitig einen Short Future kaufen. Das heißt, wenn der Ölpreis sinkt, verdient der Produzent damit trotzdem Geld. Wenn er sein Risiko nicht hedgt und irgendwie sein Geschäftsmodell darauf basiert, dass er diesen Rohstoff weiterverkauft, dann hat er massive Gewinneinbußen. Indem er den Future an Spekulanten verkauft, hat er gezielt sein Risiko nach außen hin verlagert. Er hat keine Volatilität mehr, da er einfach eins zu eins gehedgt ist und das ist eigentlich der Hauptgrund hinter Futures. Das Ganze mal so zu erklären, weil viele Leute da glaube ich nicht mal so die Grunddefinition oder die Grundanwendungsbereiche von Futures kennen. Natürlich, der andere Bereich ist Spekulation. Banken, Fonds, Privattrader, keine Trader, kaufen natürlich auch Future-Kontrakte, um zu spekulieren. Aber der Hauptgrund ist immer noch eigentlich, dass Produzenten ihr Risiko hedgen können. Dementsprechend bleibe ich bei Bug erstmal auch bearish, nicht bearish, neutral eingestellt. Die Nachricht an sich ist extrem gut und auch die Möglichkeit, dass wir jetzt physisch gesettelte Futures haben, die auch noch über die NYSE laufen. Das ist einfach eine extrem bullische Nachricht und langfristig auch ein Signal von der herkömmlichen Finanzwelt, dass Nachfrage nach diesem Produkt herrscht. Aber es ist jetzt kein Grund, wo ich jetzt irgendwie erwarten würde, dass wir nach dem Launch einen 1000-Dollar-Bump sehen, was irgendwie viele teilweise schon wieder erwarten, auf keinen Fall. Langfristig bullisch, kurzfristig neutral. Und damit bedanke ich mich für die Abmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.